Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever Projekte 3 Flussland. Wie gesagt, heute kümmern wir uns hier um dieses Dreieck. Ich weiß noch nicht ganz genau wo, wie, vor allem nicht wie wir hier hinten verfahren, ob wir noch mal mit Zug später verfahren. Ich würde schon sagen, wenn dann eine eigene Linie, dass wir dann hier einen Kopfbahnhof hinpacken. Es hat nur die Frage, wo packen wir eine Kopfbahnhof hin, wo macht es am meisten Sinn? Hier geht es hin. Prinzipiell macht das Sinn, wenn wir eine Kopfbahnhof hier hin ungefähr packen und hier rüber gehen und dann hier lang. Ja, wie ihr sehen könnt, sind wir bei 15,6 Millionen. Ich habe das Spiel ein bisschen weiter laufen lassen. Wie gesagt, ich verdringe hier oben und mir vorne eine Kopfbahnhof rüber bauen. Das machen wir auch zuerst, wenn wir das ganze haben. Jetzt würde ich das nur noch eher hier haben wollen. Perfekt, dann haben wir das auch schon mal, dann Kopfbahnhof. Wobei, als Oberwesens könnte mir auch nochmal kommen. Also belassen wir das bei einem normalen Bahnhof. Hier hin properly. Dann verbinden wir den ganzen Spaß natürlich noch. Dann machen wir das einfach mit einer großen. Ach, das müssen wir natürlich noch zweigleisig, genauso wie... Okay, wir müssen alle nochmal auf zweigleisig hochstufen. Ganz vergessen. Mal gucken, was sich aus dem Mittelbrunnen entwickelt, was das betrifft. Und hier können wir einfach das damit verbinden und dann hier noch ein Verbindungsstück bauen. Ja, passt. Äh, so, dann natürlich auf zwei erhöhen. Oh. 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 Oh, Oberleitung. Oh, 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 oh. Das ist aber... Da ist ja ein Ding. Haben wir schon mal Oberleitung, okay. Okay. Wir kommen langsam zur Zeit, wo das spannend wird. Wo wir langsam unsere ersten Mitfahrten machen werden. Wir haben auch... Wir können jetzt schon elektrifizieren. Das ist, ähm... Krass. Ist jetzt die Frage, elektrifizieren wir oder nicht. Also wir können elektrifizieren, aber wir haben auch keine elektrifizierte Dings. Das heißt, wir belasten das mit der Elektrifizierung und, ähm... Ja. Und noch Diesel und so weiter. Äh... Aber wir haben zumindest schon mal da die Elektrifizierung. Äh... Nein. So... Das heißt, eigentlich kann ich hier die Elektrifizierung an dem Bahnhof auch erstmal rausnehmen. Aber das kostet wieder. Deswegen mache ich es nicht. So... Jetzt, äh... Wollen wir natürlich... Wait a second. Moment. Es müssen natürlich auch zwei Sprüche oben sein für Bräder auf. Wobei, macht so eine Holzbrückenkonstruktion eigentlich Sinn? Oder wobei es ja mehr... Hm... Hm... Mal gucken. Vielleicht haben wir das nochmal. So... Haben wir das. Das passt ja eigentlich richtig perfekt. Kann sich das hier unten noch weiterentwickeln. Nice. Als ob das so geplant gewesen wäre. Das ist auch nicht möglich. Warum das denn jetzt nicht? Ach drauf? Kann sich das nicht! Okay! Ja, dann! Wenn sie ja jetzt nicht ¡Hitieren! Oh! Let's! So... Und ich kann hier... Ich kann hiermiten. Oh! Es ist einfach zu eines so! Was? Okay, darum komme ich mich später. Was? Was? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Easy going, würde ich mal für's behaupten. So, das heißt jetzt, ist halt die Frage. Wir können auf, was gehen? Auf 160 Meter können wir gehen. Die Frage macht doch Sinn. 160, 90 Kilometer pro Stunde, 1,42 Millionen. Ah, 1,42 Millionen. Die schaffen 100. Ich schätze die Passagiere. 1,42, dann sind wir bei 2 Millionen. 2 Millionen. Und dann können wir im Prinzip hier noch 3 ranhängen. Wir machen einfach mal so ein provisorisches Bild. So, 1. Ähm, dann den 3-Achser. Einmal, dann sind wir bei 2 Millionen. 3 Millionen. 4 Millionen. 5 Millionen. Dann sind wir bei knapp 100 Meter. Ja, das passt, würde ich sagen. So viele haben wir, werden wir gerade einfach noch nicht haben. Von daher passt das. Äh. Um die Thematik. In Wallen. Und in den ganzen anderen. Also um die Straßen. So gesehen. Da können wir auch einen Loop quasi machen. Einmal hier. Einmal da. Jetzt erstmal nur die rechte Seite. Und jetzt hier die linke Seite. Und jetzt hier die linke Seite. So ein bisschen versetzt. Dann nehmen wir uns auch die rechte Seite jetzt. Nehmen wir uns. Äh, dann geht's nach dort. Oh Gott, oh Gott. Ähm. Dann geht's aber hier lang. Einmal kurz hier rein. Dann. Halten wir hier noch. Hier. Und dann endet das auch. Hm. Okay, das heißt. Äh. Wir sehen jetzt einen Wallen, ne? Äh. Wallen 1. Äh, wobei L1 passt besser. So, Wallen. Oh Gott. Wallen 1. Ähm. Fiedler. Weg. Jetzt geht's noch rechts hier rum. Dann nehmen wir diese hier. Äh. Hier war nicht doch. Okay, dann nehmen wir dort. Dann. Die. Dann die auf. Der Seite. Äh. Dann die. Dann geht es zu. War nicht hier noch eine da? Zu der. Und dann endet das. Wir merken. Mühlweg. Zwei stand da. Noch eine neue Linie. Wallen L2. Das war die Frage, ob es halt so viel Sinn macht. Habe ich sie jetzt nicht unbedingt da. Die andere Wallen Linie. Der ist immer noch Wallen 1. Okay. Ähm. Das geht einmal von hier. nach dort. Hier. Nach dort. Nach dort. Dann fahren wir hier lang. Geht das hier hoch. Habe ich glaube ich hier die Haltestelle gesetzt. Die andere. Dann halten wir hier. Und das war's. Äh. Brunnenstraße. Mühlweg 1. Passt. Dann benennen wir sie nochmal wieder um. vernünftig. Und schlaffeln wir jetzt weiter ein bisschen die. Das Geld. Ähm. Postbus. 1, 2, 3. 4, 5. Leise zu weisen. Wallen L1. 1, 2, 3, 4, 5. Linie zu weisen. Wallen L2. Es macht wahrscheinlich noch gar keinen Sinn. Jetzt schon. So vieles einzusetzen. Aber. Wir machen es einfach mal. Ähm. Ja. Äh. Wir können ja prinzipiell auch schon mal, wenn wir da weisen, weil es schneller geht. Ähm. Ähm. Wallen. Na Stein wenden. Das. Also fast. Also wir könnten ja schon fast prinzipiell gesehen hier eigentlich ein Dreiecksding machen. Was wir in Dreizüge hintereinander her schicken. Aber. Das machen wir. Vielleicht später. Ähm. Das erste Mal Wallen. Stein wenden. Gut, oh Gott. Neue Linie. Stein wenden nach Mittelbrunn. Stein wenden. Mittelbrunnen. Mittelbrunnen. Und dann haben wir jetzt noch Mittelbrunnen Wallen. Und dann haben wir jetzt noch Mittelbrunnen Wallen. Wir können auch schon den ersten... Mh. Erstmal nochmal klonen, würde ich sagen. Fahrzeug klonen. Dann können wir durch einer auf die Strecke schicken. So. Heißt Busse. Busse, 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 Busse. Geht es dorthin, dorthin, dann drehen wir hier, da. Und das war's. So, Busdepot. Was macht das denn hier, oder? Lieber schon hier vorne. Können wir nämlich lieber das hier zum Ausbauen belassen. Fürs Ausbauen lassen. So, Post, AT, 1, 2, 3, 4, 5. Ich hab noch keine Linie gemacht, ich Idiot. So, wir fangen einfach mal hier an, dann fahren wir nach dort, dort, dort. Dann machen wir hier den Bogen und enden die Strecke dort und haben dann, wo befinden wir es nochmal, den Stein wenden. Stein wenden L1. Wunderbar, den zuweisen, Stein wenden L1. Okay, die ersten Autos, die fahren jetzt auch schon hier rum. Da würde mich auch leben interessieren, ob das auch drüben, wo ich einfach mal so angedeutet habe, dass es halt in die Außenwelt geht. Ob das dort auch irgendwie, was sich getan hat. So, sagen wir, wir halten hier, wir halten dort, wir halten hier. Hier halten wir, da geht es nicht mehr weiter. Dann halten wir hier vorne. Dann nochmal hier. Ja, es passt. So, dann neue Linie. Neue Straße. Das, 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 da haben wir wieder so einen schönen kleinen Bogen und das war's. Mittelbrunnen L1. Perfekt. Dann bauen wir uns noch, holen wir noch ein WIP-Depot. Ah, Depot, Depot, Depot. Wo kann man das WIP-Depot am besten hinkacken? Doch, was sagen wir hier. So, 1, 2, 3, 4, 5. Mittelbrunnen L1. So, haben wir noch nicht genügend Geld, um jetzt sagen zu können, okay. Wir klonen noch einen weiteren Zug. Das heißt, wir schicken erstmal einen von den BR-75.4s auf den Weg. Linie zuweisen. Nehmen wir mal. Ne, es macht mehr Sinn, wenn wir Mittelbrunnen. Ne, wenn wir Steinwänden im Mittelbrunnen als erstes nehmen. Auch wenn da eigentlich gar keinen Weg dazu hat, ne. Wir müssen hier noch ein... Dings einbauen. Ebenso wie hier. Der fährt jetzt nach Steinwänden. Perfekt. Schleunigen wir das Ganze mal. Bin ich mal gespannt, ob die Linie ordentlich was bringt oder nicht. Oh, die Linien. Also, da wird es erstmal Zeit brauchen. Aber die sind relativ fix. Das sollte eigentlich, äh... Klar gehen. Terminal 1 ist... ...Mittelbrunnen und 2 ist Wallen. Perfekt. So, da fliegt auch schon... Fliegen. Da fliegt auch schon das Geld. Da fliegt auch schon ein bisschen Geld ein. Ähm... Fahrzeug-Klonen macht keinen Sinn, weil wir nicht genug Geld haben, ne. So, ähm... Warten wir dann einfach. Weiß noch mal. Ich weiß noch mal, was heißt warten. In der Zwischenzeit können wir noch mal kurz gucken. Ich weiß halt nur nicht mehr ganz genau, wo es jetzt war. Hier war das. Bewegt sich hier unten was? Ne, ne. Ne. Gut, dann habe ich es auch gewundert. Da ist noch mal kein niedrig. Der hat der denn hier irgendwie schon zugenommen? Ne, der Straßenverkehr ist einfach niedrig. Aber ist eh auch daran, wir haben natürlich keine Verbindungsstücke und so weiter, ne. Das sollten wir vielleicht auch mal machen. Wir müssen, wir müssen da eh doch nochmal alles verbinden hier. Also es ist... Ich glaube, es wird nochmal ein Verbindungsvideo geben. Dann haben wir auch wirklich ein Speed-Format. Das macht dann einfach Sinn. Äh... Ich muss dann einfach nochmal ein BF hinten dran setzen, damit ich weiß, dass es ein Bahnhof ist. Das würde ich bei allen machen. Bevor die jetzt hier weiter bauen... Das hat mir ja schon ordentlich wieder zu. Ne 52. Wir fallen ja doch doppelt, ne. Bisschen da rein. 55, okay. Ähm... Was wollte ich machen? Ich wollte irgendwas machen. Ich habe es wieder vergessen. Verdammt. Ich habe das gelockt. Ich wollte was gucken. Oder wollte ich nicht was gucken? Scheiße. Egal. Egal. Ähm... Das gucken einfach, einfach, einfach hier weiter auf Linie. Wallensteinbänden schicken. Warten wir, dass wir die nächsten Millionen haben. Vielleicht brauchen wir dann nochmal hier ein paar Signale. Die 3.000 sind jetzt auch relevant. Wenn mir das Ganze mal ein bisschen in Schwung kommt. Da sind noch kein... Ach, 26. Doch schon so viele? What? Wir kommen auch auf die 90, weil ich das richtig sehe. Sehr gut. Hier wahrscheinlich nicht. Oha. Geht ja schon mal gut los. Was haben wir denn hier? Äh... Jetzt noch die Betriebskosten. Gott, ja, ist ja gut. Ah, geht ja schon mal gut los. Das ist ja schon mal nice. Ähm... Ähm, 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 wo haben wir es denn? Ach, wir machen einfach mal so es einfacher. Äh... Das ist das, ne? Sieben Minuten, vier Minuten. Ähm, der Tag, der war jetzt auch nochmal höher. Soll wir mehr auf die Reise schicken. Ähm, ich wollte aber was anderes gucken. Was wollte ich nochmal gucken? Finanzen waren es nicht. Fahrzeuge waren es doch hier. 3.300 pro Kilometer. Ist natürlich wieder interessant, wie viele Kilometer sind das eigentlich. Ähm, 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 ähm... Ähm, war das bei Fahrzeuge? Ja, auch 3.333. Ist das eigentlich... Also, das habe ich mich... Habe ich mich noch nie mehr oder weniger gefragt, ob das Ganze... Fahrzeugabhängig ist oder nicht. Das ist ja bei Fahrzeuge drin. Das ist scheinbar fahrzeugabhängig, ne? Ach, genau, die Bahnhöfe wollte ich hier am Bahnhof BF hinten dran machen. Äh, da habe ich einen Bahnhof hinten dran. Da habe ich einen Bahnhof hinten dran. Hier nicht. BF. Und da oben natürlich auch noch nicht. Schein wenden, BF. Da waren jetzt auch schon langsam welche. Wallen, BF. Oh, 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 ausgekaufen. Ähm. Oh, hier hätten wir sogar noch 100 Kilometer pro Stunde. Oh, okay, der war meinsch. Äh, kaufen. Und dann... Dreiachser Nummero. Eins, zwei, drei, vier... Fünf, sechs, sieben. Easy going. Dann können wir das auch jetzt auf... Mittelbrunnen Wallen hinzuweisen. Da macht es ja... Wenn das Fahrzeug abhängig ist, da macht es ja schon Sinn, in die teureren Maschinen zu investieren. Oder sind es die neueren Maschinen? Das weiß ich natürlich nicht, ne? Das... Das sind alles Sachen, die man wissen müsste, wissen sollte. Ähm. Jetzt ist natürlich die Frage... Was machen wir als nächstes? Erweitern wir von Steinwänden nach Sigrön? Oder erweitern wir... Unter anderem nach Oberwesel, um dann hier weiter uns auszubauen. Oder... Was glaube ich auch noch eine Idee von mir war... Ähm... Gehen wir auf den Schiffverkehr. Das heißt, dass wir... Hier bereits schon mal... Ähm... Dass wir... Zumindest die jetzt nahegelegen am Ufer sind, dass wir die damit versorgen... Und schon mal Produktion, was das Frachtmäßige anbetrifft, äh... Ähm... Ähm... Ne? In Gang bringen. Muss ich mal gucken. Ich glaube, das entscheide ich ja spontan. Ähm... Ihr könnt gerne in den Kommentar schreiben, was ihr sehen wollt. Und was nicht. Äh... Also ob... Ob wir das machen sollen oder nicht. Ähm... Ich muss mal gucken. Ich kann gar nicht gucken, ne? Doch, ich kann gucken. Wir machen nämlich einfach mal das so, dass wir... Uns hier schon mal einen Dock platzieren. Na, kann ja nie schaden. So, Schiffe. Güter. Was haben wir an Güter? Wir können nämlich 100 Kapazität. Da können wir Getreide und Vieh und auch Lebensmittel. Dann könnten wir die Produktion auch mal in Gang bringen. Da haben wir 105. Warum sind... Sind die denn... Sind die auch gar nicht wirklich in der Reihenfolge, ne? Okay. Dann könnten wir vielleicht auch schon eher aus Binnenschiff-Dreck gehen. Könnten wir machen. Ähm... Ist noch gar nicht so mal... Ist noch gar nicht mal so teuer. Ist noch gar nicht mal so teuer. Die eh... Andere Transport... Wir haben natürlich aktuell nur den Benz in Anführungszeichen. Aber das wäre ja auch nicht so schlimm. Ähm... Wie gesagt, wir haben halt hier viele... Also von hier können wir halt über Schiff nach dort und so weiter. Wir haben halt sehr viele Möglichkeiten über... Oh, Crocodile und Donnerbüchse. Okay. Das erste elektrifizierte Fahrzeug. Ähm... Kostet natürlich einen stolzen Preis. Und ist natürlich langsam. Das heißt, wir werden das auch erstmal außer Acht lassen. Weil es halt einfach zu langsam ist. Ähm... Moment. Donnerbüchse. Donnerbüchse. Donnerbüchse schafft auch 100 Kilometer pro Stunde. Passen 17 Leute rein. Drei mehr als dort. Ist ein Investitions... Ist ein Investitionsgedanke auf alle Fälle wert. Ähm... Aber wie gesagt, ich lasse erstmal weiterlaufen. Wobei, wir sind ja schon bei 5 Millionen. Ähm... Und... Ja... Ich hör mal auf zu schlacken. Weil hier können wir halt auch nach dort und nach dort. Und können das dann halt weiter... Transportieren. Ähm... Wobei das halt auch wieder... Ja... Ich würde sagen, wir fangen... Also wir haben hier schon einen Schmackpunkt gesetzt. Mal gucken, was wir nächstes... Nächstes Video machen. Ich hab genug gequatscht. Äh... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Outro Operation